Wenn mich jemand einfriert, dann bin ich das. Ja, ich friere mich selber ein. Das ist der Moment, in dem sie die Mannschaft mit einem Hammer machen. Denkt mal drüber nach. Also ich denke mal, Kahn wird alleine den Weg bis dahin finden, wo er hin muss. Und ich denke mal, ich muss hier längs. Ja, ich muss hier lang. Und das war nämlich der Weg, den ich erst gehen wollte. Aber das wäre rechts und frei gewesen. Nein, da unten komme ich auch nicht weiter. Das heißt, da unten steckt auch nichts für mich. Dass der sich immer da auffängt. Schade. Na, da muss ich halt den Umweg gehen. Aber ich habe es fast geschafft. Ich habe es fast. Ich habe es fast. Von Herz zu Stein fließt das Lebensblut. Von Herz zu Stein fließt das Lebensblut. Ah, okay, der zweite Lebensstein ist eingesetzt. Vielleicht nur noch der für die Stirn. Ich glaube, da weist McCorn ganz gut den Weg. So wie es scheint. Jetzt wirft er mich hier schon über den Zaun. Also das hätten sie sich auch sparen können. Das hätten sie auch irgendwo später besser einbauen können. Aber das war gerade Schwachsinn, was wir gemacht haben. Also das war unsinnige Programmierarbeit. Das war der letzte Stein. Hm. Ich sehe den Stein. Aber wenn der Stein jetzt schon kommt, dann ist der Raum relativ kurz. Dann ist das ja relativ kurz hier. Das heißt, hier wird, denke ich mal, noch ein Endboss-Liker-Gegner auftauchen. Wenn ich das so sehe. Aber mal gucken. Lass mal alles kaputt schlagen. Kaputt schlagen. Alles kaputt schlagen. Alles kaputt schlagen. Kurz und kleine. Ja, das war Elstar-Glanz für die, die es nicht kennen. Was zur Hölle, hä? Also ich sehe, dass da ein Weg ist, ja. Aber das war es dann auch. Oh. Okay, das erklärt einiges. Das erklärt so einiges, wenn da mittendrin so ein Loch-Dings ist. Und der Lebensstein sah auch anders aus. Äh, der Herzensstein, whatever it was, sah ein bisschen komisch aus. Also ich denke mal, da wird es noch irgendwas damit zu tun haben, dass jetzt hier irgendwie ein Endgegner kommt. War es das jetzt ernsthaft schon? Für den Raum? Uh, Statue. Aber ja, das scheint es schon gewesen zu sein. Naja. Also wie gesagt. Ja, der sieht auch recht komisch aus im Vergleich zu dem restlichen. Verdammt. Ich wollte gerade auf die Kreation draufstecken. Ja, natürlich muss ich. Verdorbener Aufseher. Okay. What the fuck? Der macht mir zu viel Schaden. Der macht mir viel zu viel Schaden. Der macht mir viel zu viel Aua. Der macht mir viel zu viel Aua. Naja. Wobei es geht eigentlich. Vom Schadenfressen her. Wenn man ihm ausweicht, macht er eigentlich relativ wenig Schaden. Aber ansonsten macht er Schaden. Und das ohne Ende. Wow. Mit meinen Sensen mache ich ihm 72 kritischen Schaden. Das meinte ich damit, dass er unmöglich an Schaden macht. Uh. Super. Das sagt er mir zeitig. Dann frisst ein Zorn dran. Ich muss lieber nochmal einen Heiltrank trinken. Oh. Na, jetzt habe ich ihn fast. Jetzt ist er Ernte. Hö, hö, hö. Ich habe es getötet. Und das auf sehr schmerzhafte Art und Weise, so wie es aussah. Aufnehmen, aufnehmen. Ach, die Schuhe waren das. Aufnehmen. Naja. Resultat des Kampfes. Vier Heiltrank und einen Zortrank verbraucht. Nicht schlecht, nicht schlecht. Das ist ja nicht mal eine Leistung für den Gegner. Das ist vielleicht ja lange nicht mehr gebraucht. Ich sehe schon, gelegentlich hat das Spiel den Namen... Äh, hat es... Hat ja Schwierigkeitsgrad auch glücklich den Namen verdient. Aber auch nur gelegentlich. So. Können wir jetzt bitte den letzten... Letzten Lebensstein einsetzen? Ah, geht doch. Der Letzte, endlich. Du musst den Stein im Wächter platzieren. Wir haben sein Werk gesehen, Reiter. Das Verderben ziert daran. Die zwei Herzsteine waren rein. Ich schätze, ihre Ausstrahlung wird den Dritten reinigen. Vielleicht. Kahn, es ist riskanter, nichts zu tun. Wie krass der einfach mal in purer Gewalt dort reingeprallt ist. Das Verderben ist verdunstet wie Regen auf heißer Glut. Du hattest recht. Ich hatte Ruhe recht. Oh, komm schon. Ernsthaft. Wow, die Gießerei ist geschafft. Es müsste ein Wächter verfolgen. Aber das war gerade ziemlich uncool. Wo muss ich denn eigentlich lang, damit ich rauskomme? Zeig mir den Weg. Ja, los, Asche, zeig mir den Weg. Asche, du zeigst mir gerade den falschen Weg, oder? Okay, Asche sagt doch, ich... Asche sagt, ich muss hier langs. Und dann... Sagt Asche hier lang. Okay... Okay... Was ist echt hier lang? Nee, sag ich doch. Ich nehme aber erst mal den hier mit. Zur Sicherheit, vielleicht brauchen wir ihn ja noch. Ich glaube zwar nicht, dass ich den jetzt noch brauche, aber... Ich nehme ihn einfach mal mit. Ach, sag das doch, dass ich da durch muss. Ach, Mensch, Asche. Mach's mir ruhig noch schwieriger als so schon. Ey. Ja, hier will man eh mal von seinem Kackraben, äh, von seinem Haustier, von einem Raben, Hilfe haben. Dann kommt sowas raus. Naja, jetzt finde ich den Weg auch alleine wieder. Oder? Ja, hier muss ich raus. Da hätte er jetzt optimal so einen fetten Roundhouse-Kick landen können und die Tür wäre offen gewesen. Ob das ein Ort für ein Pferd ist, bestimme immer noch ich. Doch ist das. Das ist kein Ort für ein Pferd. Das kann echt nur die Sprüche. Ich muss alleine gehen. Ich will auch mal einen Hote-Höhr haben. Ob ich mit dem Smart-Talk halten kann? Die Zeit ist also gekommen. Höhö, gekommen. Es gibt Arbeit zu erledigen. Ja, das habe ich auch schon festgestellt, dass es jetzt Arbeit zu erledigen gibt. Ich heiße es so ewig zu laufen. Die Schmiede der Erschaffer. Ja, wunderschön. Wunderschöne Schmiede. Stoß die Tür. Los, stoß sie auf. Dann hänge ich eben nicht im Ladelang. Geht doch. Vorher hat das aber noch nicht alles gebrannt gehabt, oder? Ich gehe einfach mal davon aus, dass es vorher nicht alles gebrannt hat. Und jetzt... Jetzt... Ich gehe jetzt mal von dem Kissen.